Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir an der EU-Außengrenze eben nicht mehr einfach nur es passieren lassen können, sondern dort muss entschieden werden, wer warum weiterkommt und wer eben nicht. Und wer nicht weiterkommt, kommt dann auch nicht weiter. Sie sagten, notfalls bis hin zu physischer Gewalt. Da gab es einen riesen Aufschrei. Wie meinen Sie das? Naja, versuchen Sie mal am Frankfurter Flughafen durch die Passkontrolle zu rennen. Man wird sie aufhalten. Das ist Staatsgewalt. Der Staat setzt Recht durch. Und wenn der Staat oder in diesem Fall die Staatengemeinschaft der EU sagt, es gibt Recht, es gibt Regeln, wer unser Staatsgebiet der Europäischen Union betritt und wer nicht, dann muss doch diese Staatengemeinschaft auch in der Lage sein, an der Grenze diesen Unterschied zu machen. Das heißt für mich zum Beispiel aber auch, dass diejenigen, die im Mittelmeer gerettet werden, die aus dem Mittelmeer kommend ankommen, zurückgebracht werden an die nordafrikanische Küste.